Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alice 19 auf der Hot Online Farm. So jetzt schießen wir da mit Alt. Den brauche ich, dann schießen wir los. Den noch nicht, den noch nicht. Den hier brauchen wir. So, du machst weiter. Und der fährt schon los, der hat gleich geklappert. So, jetzt machen wir hier weiter und Mist und Attacke. So, da werden wir hier schon mal weiter ansehen. Oh, let's go. Und er lädt über. Fast. Läuft. Ich bin nicht so viel gegenseitig zu merken. Ich bin nicht gut erreicht. Ich bin nicht so viel gegenseitig zu merken. Ich bin nicht gut erreicht. Okay. Öhm. Hopfen und lassen. Ja. Ich komm schon mal hier hin. Jetzt gehts wieder, wir sehen uns ja gerade halt. So, jetzt gehen wir hier, jetzt mal her. Weiter gehts da, da war der Punkt wahrscheinlich doch etwas ungünstig gewählt. Gut. So, jetzt gehen wir hier. 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 So, jetzt gehen wir hier mit dir auf. So, jetzt gehen wir hier. Ja, schon wieder 56% drinnen. Geht los. So, jetzt gehen wir hier. So, jetzt gehen wir hier. So, jetzt gehen wir hier. Okay. So, hier geht ja ordentlich kann man was ab. Zum Tempo her. Oh, wo ist das hier? Das wäre so zu spiel gerade gewesen. Totally. Und dann gucken, ob es besser kommt. Also von der Geschwindigkeit nicht wirklich. Muss ich ganz einfach so sagen. Also muss ich gleich wieder losreiten. Da vorne wird es ja noch steiler. So. 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 Ups, das verschenke ich gerade Wertvolle Meter. Aber wenn man halt schief ansetzt, kommt sowas raus. So, jetzt kommt sowas raus. So, jetzt kommt sowas raus. Lecker, schau's dir. so und drei tage so das Feld haben wir gleich fertig das machen wir schon gleich mit dem Nix das machen wir schon manuell denke ich mal so lange geerntet ja schon, so und drei tage so und die nächsten nix oder was ja der Astrid ja der F1 Wicke ja der F1 da F1 ja der F1 da F1 ja der F1 Der ist manchmal selten doofer angekommen, jetzt vor dem Fahrzeug rüber zu ziehen, in den ersten Quark zu kommen. Das muss man leider so sagen. So, jetzt ist der Plan und dann haben wir es. Und zack, bumm, erste Feld, fahre ich. Neck'em. So, aus dem Ding fertig. So, dann gucken wir mal, wo ich die sonst rum iron. Der fährt noch ran, das ist gut. So, die Windbomben haben wir auch passiert. Genauso wie diesen. Und das wars doch schon. Complete über, das passt alles. Sooo, delay. Boah, der sterbt gerade ab. Oh, meine Fresse, der sterbt mal. Der sterben ordentlich. 6 kmh Hilfe. Gut, nach der Kurve sind wir schon mal auf 7 kmh. Neck. 5 kmh, das wir jetzt nie zu soßen hatten. So. 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 Ich kann den Ball mit abkühlen. Ich habe die Tügel da. Das erschreckt mich doch nicht so. Meine Trickste nicht. Auch meine Trickste auch nicht. Du Katze du stehst vor dem Bild. Geh mal rüber. Da muss man kurz die Katze schieben. Er stellte vor dem OBS. Da habe ich die Zeit nicht gesehen. Und jetzt stand sie gerade vor dem Hauptbild. Aber da ist der Schwarzboden bis 8. Denn wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Yasuo.